Musik Hunde haben, wie wir Menschen, Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Sie sind überlebensnotwendig für die körperliche und seelische Gesundheit. Die Grundbedürfnisse bleiben über die gesamte Lebenszeit erhalten, doch sie ändern sich. Wir zeigen in diesem Film, welche Grundbedürfnisse Hunde haben und wie sie älteren Hunden helfen können, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Altern ist keine Krankheit. Es ist ein Prozess, bei dem sich der Körper verändert und die Grundbedürfnisse angepasst werden sollten. Wie bei Nastja, einer 14 Jahre alten Dalmatinerhündin. Bei ihren jetzigen Besitzern lebt Nastja seit ihrem zweiten Lebensjahr. Mit elf Jahren wurde sie von einem Auto angefahren und wurde schwer am hinteren rechten Bein verletzt. Im Moment erhält Nastja keine Therapie. Wichtig ist ihren Besitzern, dass sie schmerzfrei bleibt. Nastjas Hör- und Sehvermögen nimmt aufgrund ihres Alters immer mehr ab. Die Grundbedürfnisse eines erwachsenen Hundes sehen wir am Beispiel von Ella. Ella ist eine drei Jahre alte Makia-Vischlamix-Hündin. Mit neun Wochen zog sie von einem Bauernhof zu ihrer Besitzerin Janine. Wasser hilft Hunden, die Körpertemperatur zu regulieren. Außerdem wird es zur Verdauung benötigt. Der Hund sollte immer die Möglichkeit haben zu trinken, zu jeder Zeit und in jedem Alter. Ella isst gern Fleisch, aber es würde sie langweilen, jeden Tag das Gleiche zu essen. Hunde haben ihren eigenen Geschmack und essen gern abwechslungsreich. Grundsätzlich sollte auf die Qualität des Futters geachtet werden. Ideal sind zwei bis drei Mahlzeiten am Tag in einer ruhigen Umgebung. Nach dem Essen benötigen Hunde etwas zum Kauen. Das ist wichtig für das Sättigungsgefühl, die Zahnhygiene und den Abbau von Stress. Zum Kauen eignet sich zum Beispiel Rinderkopfhaut oder die Teile eines Hirschgeweiß. Hunde brauchen genug Futter, denn Hunger führt zu Stress. Bei älteren Hunden arbeitet der Stoffwechsel langsamer. Außerdem sind sie oftmals in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Darum muss das Futter angepasst werden. Die Stoffwechselorgane wie Bauchspeicheldrüse, Leber oder Nieren funktionieren nur noch eingeschränkt. Deshalb benötigen Senioren hochwertiges, leichtverdauliches und vor allem proteinreiches Futter. Am besten ist es, ältere oder gestresste Hunde mehrmals am Tag mit kleineren Portionen zu füttern. Das Kauen sollte auch im Alter nicht vernachlässigt werden. Da viele ältere Hunde zu Übergewicht neigen, kann man als kalorienarme Alternative eine Kauwurzel anbieten. Ein gesunder, erwachsener Hund wie Ella braucht täglich 14 bis 18 Stunden Schlaf. Viele Hunde finden allein nicht mehr zur Ruhe, doch genügend Schlaf ist wichtig für die Regeneration des Körpers und vor allem des Gehirns. Im Schlaf werden neue Gehirnzellen gebildet. Beim Schlafen verarbeitet Ella ihre Erfahrungen vom Tag. Besonders wichtig ist der Tiefschlaf. Die Folgen von zu wenig Schlaf Zunächst wird der Hund müde und gestresst. Im zweiten Stadium ist der Hund unkonzentriert und ungeschickt. Danach wird er nervös und irritiert. Im vierten Stadium wird der Hund aggressiv und das Immunsystem des Hundes wird zerstört. Im fünften Stadium kommt es zu ernsten, zum Teil chronischen Krankheiten, die zum Tod führen können. Seniorhunde brauchen sowohl mehr Zeit zur Regeneration als auch mehr Schlaf. Nastja schläft ca. 18 Stunden am Tag. Das sind gute Voraussetzungen, um den Alltag stressfrei zu meistern. Das Schlaf- bzw. Ruhebedürfnis liegt bei älteren und kranken Hunden bei 17 bis 22 Stunden am Tag. Ein Schlafplatz sollte grundsätzlich groß genug sein, damit der Hund sich ausstrecken kann. Er sollte ruhig, sicher und warm sein bzw. weich sein. Und es sollte mehrere Plätze geben. Unsere Hunde sind Sozialschläfer. Sie brauchen darum die Nähe zu ihrer menschlichen Familie. Ella springt sofort nach dem Aufwachen auf, die Blase drückt. Schnell zieht sich Janine an und geht sofort mit Ella nach draußen. Das Urinieren und Koten ist ein weiteres Grundbedürfnis, dem, wann immer es notwendig ist, nachgekommen werden muss. Aufgrund ihres Alters löst Nastja sich öfter. Besonders bei hormonellen Problemen oder Problemen im unteren Rückenbereich kommt es zu einem Missgeschick in der Wohnung. Sie können es sich und ihrem Hund ein wenig einfacher machen, indem sie zum Beispiel eine Inkontinenzunterlage in den Schlafplatz oder auf die Couch legen. Die saugt dann den Urin auf. Alle Hunde jeden Alters brauchen Kontakt zu Hunden und Menschen. Ohne sozialen Kontakt verkümmert ein Hund. Es kommt zu Verhaltensproblemen. Die werden oft fälschlicherweise als Aggression bezeichnet. Der Kontakt zu verschiedenen Hunden im unterschiedlichen Alter ist wichtig. Damit lernen Hunde höfliches und soziales Verhalten gegenüber anderen Hunden, denn Hunde brauchen Hunde. Nicht nur zum Spielen. Gemeinsame Spaziergänge, sogenannte Social Walks, sind hilfreich. Der Hund kann Freundschaften knüpfen und dadurch gemeinsame Erlebnisse festigen. Freundschaften sind wichtig. Sie vermitteln Sicherheit und Freude. Das benötigen auch ältere Hunde. Sie gehen gern in Ruhe spazieren und erkunden gemeinsam neue Plätze. Planen Sie mehr Zeit für Spaziergänge ein, denn auch wenn Nastja und Ihre Freundin nicht mehr viel Strecke machen, erkunden Sie gründlich schnüffelnd jeden Zentimeter Weg. Ihr Hund ist ein soziales Wesen und ein Mitglied Ihrer menschlichen Familie. Da ältere Hunde oftmals an Verlustängsten leiden, möchten Sie gern überall dabei sein. Nastja muss nicht allein zu Hause bleiben. Anja nimmt ihren Hund mit zur Arbeit. Hier hat Nastja ihre Aufgaben und genug Möglichkeiten zum Ruhen und Schlafen in einer ruhigen Umgebung. Die fünf Grundbedürfnisse des Hundes sind Wasser, Essen und Kauen Dem Alter angepasster Schlaf Sich lösen, wann immer es notwendig ist und Soziale Kontakte. Das sind die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben. Sind diese gegeben, dann gibt es noch die kleinen Extras, die Ihren Hund rundum glücklich und zufrieden machen. Mentale Stimulation fördert den Geist Ihres Hundes. Neue Herausforderungen halten unseren Hund geistig fit und gesund. Hunde sind von Natur aus neugierig. Selbst Dinge zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln, sollte ihnen erlaubt sein. Eigene Entscheidungen treffen. Zum Beispiel sollte der Hund selbst entscheiden, welches Futter er will. Ob es auf den Spaziergang geht oder bei anderen Dingen des alltäglichen Lebens. Entscheidungen treffen zu dürfen, baut das Selbstbewusstsein des Hundes auf. Er geht damit einfacher durchs Leben. Sich frei bewegen zu dürfen, macht glücklich und zufrieden. Sich frei bewegen zu können, bedeutet Lebensfreude. Die Basis für einen gesunden Hund, der in der Lage ist, stressige Situationen zu meistern, ist die Balance der Grundbedürfnisse. Leinen Masis Musik Untertitelung des ZDF, 2020